Willkommen ihr Lieben bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thorsten und ja, ihr habt es im Titel gesehen. Ich bin am verzweifeln, muss ich echt mal so sagen. Ich fange hier heute mit irgendeinem Klarkriegsangriff an, bevor ich euch irgendwas über Update-Spekulationen erzähle oder was kommt noch oder Halloween-Geschichten, habe ich gedacht, machst du mal lieber das hier. Ich glaube, das ist für mich auch ein bisschen interessanter, als mich jetzt einzulesen und die Dev-Videos zu gucken und das zu analysieren, was könnte denn, was kommt. Lasst euch doch einfach überraschen, Leute. Leaks sind auch nicht immer das Gelbe vom Ei und es ist doch viel schöner, wenn man sich überraschen lässt, was denn da kommt. Nur hier in der Liga, da kommt ja bei mir gar nichts. Ihr habt das vielleicht gesehen, ich habe das auch noch mal ein bisschen zusammengefasst und ich bin echt enttäuscht von mir selber. Es ist mir aber gar nicht so bewusst geworden. Es ist mir gar nicht so bewusst geworden, dass ich ja mit einigen Accounts hier angegriffen habe in der Klarkriegsliga, aber mein Rathaus 11, das ging ja gar nicht. Das ging ja gar nicht. Mei, 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 da habe ich ja mal so richtig abgeliefert. Ja, wie man halt abliefert, nämlich gar nicht. Aber kommen wir gleich mal zu. Erstmal hier den Thomas kurz mal ausspielen lassen gegen die Nummer 4. Ich kann den Namen jetzt gerade nicht richtig lesen, da müsste ich jetzt einen Google Translator nötigen, um mir den Namen auch zu übersetzen. Aber eigentlich ganz schön gemacht hier in der Mitte. Oh, schade. Da ist ja, da ist die, ist das die Clanburg? Das ist ja die gegnerische Clanburg, ne? Oh, nicht schlecht. Die Bets sind einfach mal schneller als alles andere hier. Ich habe den noch nicht gesehen, Leute. Deswegen muss ich mal gerade so lachen. Den hatte ich jetzt wirklich nicht auf dem Schirm. Mal sehen, wie viel Bets der rausbekommt. Aber der kann ja, glaube ich, auch nur auf 5 Ziele maximal. Und das sind ja noch ohne Ende die Skelette und die Queen so ganz so dummdi-dumm. So, wir gehen mal an dir vorbei und machen mal unsere Sache, die wir hier eigentlich sonst auch immer machen. Wir machen nämlich die Base kaputt hier. Und die beiden Loons, die sind einfach viel zu langsam. Also hat die Clanburg hier mal nicht funktioniert. Aber die Loons werden jetzt noch rausgenommen. Oh, die Bets gehen da auch drauf. Ah, nicht schlecht. Das hätte ich nicht gedacht. Und die paar Bets gehen jetzt auch noch auf das Lager hier. Und in der Mitte sehe ich da einen ganzen Haufen Skellys, die sich noch zur Clanburg durchfressen. Die Clanburg hat immer viele Trefferpunkte. Das muss man immer so ein bisschen mit einplanen. Gerade wenn man Queen Charge macht oder Queen Walk, dass die doch ein wenig mehr Trefferpunkte hat als so normale Gebäude. Aber schön gemacht hier 100%. Nummer zwei auf Nummer vier. Und ich habe aber noch so ein paar ganz schöne. Allerdings schneide ich euch mal kurz meinen Mist zusammen, den ich in den letzten drei, vier CKs, glaube ich, gemacht habe. Denn gleich im ersten Clan-Krieg habe ich mich mal so richtig pranken lassen. Da oben auf der Ecke. Ihr seht das. Ich habe hier Pekka Bobet am Start. Der Start ist mir noch ganz gut gelungen. Aber der Rest, alter Falter da oben. Die ganzen Teslas. Ich wusste es aber auch. Ich wusste es ja auch. Hatte ich auch gesagt. Ich glaube, das war auch im Livestream. Und naja gut, das kann man irgendwie, irgendwie kann man das sicherlich retten. Aber hier nochmal eine dicke Bombe. Dann kommt da ein Hund auch noch raus. Der hat mich dann auch noch ein bisschen gestört. Die vielen Luftfallen knabbern jetzt schon an meinen Haie daran. Ich komme noch, ich komme nicht mal annähernd in diese Base hier rein. Das war so grottig. Naja, aber es geht noch grottiger, kann ich euch sagen. Also meine Betsy haben auch nichts mehr gerissen. Das werden hier nur so ein paar Prozente. Prank, Prank. Ich glaube auch hier war es echt mau. Auf dieses Dorf hier. Da habe ich die Armee genommen, die ich einfach so hatte, weißt du. Dann nimmst du einfach mal die Armee, die du so hast. Und da denkst du so. Alter, der hat ja Low-Dev. Alles Low hier. Der hat nur die Luftabwehren stark. Und auch die Infernos. Und der in Adler auf drei. Ja. Und das Radhaus auf irgendwo eins oder zwei. Weiß ich nicht. Wo war das? Auf zwei. Denkste, denkste. Machst du hier mal eben so ein bisschen Funnel-Funnel. Queen. Ein paar Loons hier zum Flächenschaden. Und naja. Dann mal so einen Drachen da gesetzt. Und den Rest dann nach hier gesetzt. Aber auch hier. Alter. Nur ein Stern. Nur einen einzigen Stern. Ich bin nicht mehr zum Radhaus gekommen. Ich meine. Ich hätte fast gesagt nicht mal annähernd. Okay. Ja. Naja. Okay. Das waren. Es waren doch zwei Sterne. Aber so richtig gut war der. War der auch nicht wirklich. Ich hätte ihn echt mit Minern machen sollen. Na egal. Nächster. Klankrieg. Nächster. Fail. Box Bases. Okay. Box Bases. Sind eigentlich nicht mein Ding. Aber diese Base habe ich schon mal mit drei belegt. Nicht auch gegen einen Rathaus Elfer. Und mit fast relativ ähnlicher Taktik. Nur stand die Queen da an einer anderen Seite. Also oben schnell mal den Inferno rausgenommen. Hier unten brauchte nur die Queen irgendwie sterben. Um jetzt danach mein La Loon Party reinzubringen. Aber was kam dann natürlich raus? Ja. Super. Böser Drache. Super. Super. Toto. Böser Drache. Und am Ende hat es nicht ganz gereicht. Denn der Böse Drache hat alle meine Loons gefressen. Und damit ist alles so ein bisschen außen rum geflogen. Hat so ein bisschen was gemacht. Weil ja auch nichts mehr jetzt Richtung Rathaus ging. Also auch der ging mal richtig in den Dutten. Na ärgerlich. Im vierten CK kam es übrigens noch ein bisschen besser. Also hier 9 auf 9. Auch eine Base, die jetzt nicht so gut ist. Ich hätte fast gesagt, die machst ja fast schon mit meiner alleine. Aber ich habe mir ein paar Miner mitgenommen. Und habe so gedacht, boah, machst du erstmal einen Queen Charge hier durch die Base durch. Und Karre hier jetzt mit rein. Die bekommt ganz ganz wenig Beschuss. Die muss einfach ziemlich weit kommen. Da kommen jetzt die Helden. Warum nicht mal ein Gift auf die Helden? Nein. Aber warum habe ich was vergessen? Ja, ich habe vergessen die Kleinbuch zu locken. Und was dann am Ende dabei rauskommt, das könnt ihr jetzt sehen. Da war nämlich ein Drache mit drei Loons drin. Und ja, der Drache ist jetzt ein bisschen langsam. Aber die Loons... Fürchterlich, Toto. Echt fürchterlich. Ich habe mich so im Grunde im Boden geschämt, dass ich gedacht habe, Alter, du kannst ja mit dem Elfer gar nichts mehr angreifen hier. Da hätte sie die Miner auch einfach so Richtung Rathaus stürmen lassen. Die hätten das besser gemacht. Aber das ist aber echt mau. Deswegen habe ich heute gedacht, ich mache das mal einfach ein bisschen besser. Im fünften Klankrieg. Also ich habe im Moment nur drei Sterne mit aus vier Klankriegen. Das ist echt bitter. Das ist mal richtig, richtig mau. Um hier noch mal so ein bisschen in Schwung zu kommen, hatte ich mir eigentlich noch einen Angriff rausgesucht vom Homebutton hier. Denn Rathaus 11 auf Rathaus 11 ohne Adler. Okay, ohne Adler. Mit Messtruppen. Also mit Spam-Truppen. Hexen-Riesen-Bowler. Also erstmal die Riesen vorausschicken zum Tanken. Dann die Hexen, die den Schaden machen und die Karre schön schützen. Und das machen sie auch wunderprächtig hier in der Mitte. Jetzt bzw. jetzt um 1. Drittel schon mal ein Frost für die Clanburg. Ja, so ein Drache kann schon nerven. Ich habe da ja auch immer Respekt vor. Aber hier werden es jetzt, werden das jetzt erstmal oder wird jetzt erstmal die Mitte entkernt. Jetzt sind natürlich die Inferno so ein bisschen rechts links von der Base hier. Die Base kann man übrigens nach wie vor als Rathaus 11 auch als Rathaus 10 üben. Wenn ihr mal reinschaut in die Übungsangriffe, in die Practice, dann werdet ihr diese Base hier finden, dieses Design. Und die kann man eigentlich auch ganz gut schon als Rathaus 10er machen oder üben und kann sie dann sicherlich auch als Rathaus 11 umsetzen. Aber schöner Sprung hier unten. Der letzte Wut war, der war eigentlich ganz gut. Der hat hier unten noch die Kanone geschafft, der letzte Wut. Also so ganz unnütze war das nicht. Haben aber noch einen Päcker dabei. Wir haben noch die Queen, die ist noch komplett zündbar. Man muss aber auch sagen, wir haben auch ein bisschen Defensive hier zu schaffen. Also das ist nicht ganz ohne. Und da oben quälen sich jetzt so ein bisschen die Hexen mit dem Worten noch zusammen. Da ist noch eine Päcker-Dame dabei. Und die Queen macht jetzt erstmal außen so ein bisschen Gebäude. Ein Lucky hinten gesetzt. Der ist ganz außer Gefahr. Und jetzt geht es nur noch darum, dieses Compartment hier zu schaffen. Der Worten ist erstmal am Amten unterstützen. Der geht ja nicht von alleine auf irgendeine Defense, außer sie steht noch ganz alleine da. Aber jetzt steht sie ganz alleine da. Und jetzt steht auch nur noch ein dunkler Bohrer da. Ich wollte es heute nicht genauso machen. Also ich will jetzt mit dem Elfer mal live eingreifen und auch mal zeigen, Toto, du kannst es ja doch. Aber ihr wisst, so ein Live-Angriff ist auch immer gerne ein Live-Fail. Und ich habe ihn gerade mit dem Rathaus 11 hier so krass gefailt in der Liga hier. Das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Die Leute waren noch nicht mal ehrlich zu mir. Weißt du, die haben dann immer gesagt im Chat, schade Toto. Ja, hast du Pech gehabt. Nächstes Mal besser. Nein, die können auch ruhig mal schreiben. Boah, war das scheiße, Toto. Alter, der war ja mal grottig. Das machen die nicht. Was mich da ein bisschen sehr, sehr, sehr verwundert. Denn ich mache das auch. Aber, ähm, also ich bin auch kritikfähig. Und wenn, wenn ich schon selber sage, Toto, das war einmal, das war richtig scheiße. Ich tipp's meistens auch im Chat rein. Dann, ähm, dann ist das auch scheiße. Aber so richtig mit Schwung. Und mit Schwung will ich jetzt die Nummer 9 machen hier. Ich springe mich jetzt auch aufs Handy. Denn ich glaube, das ist mein bestes Device im Moment, mit dem ich angreifen kann. Und dann machen wir einen Brillentausch, Killerblick und machen die Nummer 9 hier. Heute mal mit Pekka Bobet. Ich zeige euch vielleicht die Base. Okay, Freunde. Ich bin schon auf der Base, die ich eigentlich machen will. Ihr seht das hier. Ich wollte ja die Nummer 9 machen. Ich habe euch die noch nicht gezeigt. Pekka Bobet war übrigens nicht die richtige Truppenkombination, die ich euch gezeigt habe. Aber mal sehen, ob wir nicht mit dem Pekka Smash hier was holen können. Habe ich eher selten gemacht bisher auf Rathaus Level 11. Aber, ähm, ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, ich komme hier rüber irgendwo in diese Base rein. Hab dann aber gesehen, dass ja bald die Multis hier außen stehen. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich mache eigentlich immer solche Bases ganz gerne, indem ich einem Inferno entgegenkomme und den anderen Inferno auf der anderen Seite habe. Ähm, muss ich mal schauen. Ich wollte mal sehen, die Luftabwehren sind ja erstmal ganz, ganz weit weg. Das heißt, dort habe ich in jedem Fall keinen Beschuss. Und, ähm, wir gehen mal rein. Wir gehen einfach mal rein und, ähm, hadern dort der Dinge, die wir da machen. Ich muss mal eben schauen, von wo ich denn eigentlich tatsächlich reingehen wollte. Ich wollte von hier mit meiner Queen reingehen und wollte allerdings hier, dass das Lager muss, muss weggehen. Sonst geht meine Queen wieder einen nicht ganz richtigen Weg für mich. Und, ähm, die soll ja so ein bisschen Richtung Mitte latschen. Die soll ja ein bisschen Richtung Mitte latschen. Ich denke mal, da ist jetzt ordentlich gefundelt. Dann macht die das auch. Und dann nehmen wir mal hier hinten den hier, den hier und auch unseren Loon hier rein. Und, äh, dann können die hier schon mal so ein bisschen weiter funneln. Hier hinten den, den ein und ich glaub zwei Bowler sind, sind hier ganz gut. Und hier kommt jetzt unsere Karre. Unsere drei Packies hier mit rein. Ganz, ganz viele Bowler. Und, ja, dann hoffen wir mal, dass das hier in die Mitte geht. Der muss auf Boden stehen hier. Da kommt schon die Clan Book. Das ist auch ein Drache okay. Das ist ein Drache an der Stelle. Gucken wir mal, wo wir hier, ähm, unseren Worten und so weiter zünden. Aber im Moment brauchen wir es noch nicht. Ihr seht, ich habe unheimlich viel Wut mit dabei. Ich bin richtig wütend, dass ich hier noch keine drei Sterne geholt habe hier. Und, ähm, dann springen wir hier hinten mal, glaub ich, weiter. Mal sehen, ob das meine Truppen auch packen. Ich kann hier auch noch ein wenig friesen. Jawoll, das ist noch ganz gut. Die laufen da, her, da, her, da, her. Habe ich hier hinten irgendwas zu vergessen. Ja, hier hinten kann ich schon mal mein Cleanup dort setzen. Und kann sicherlich hier noch einen Wutzauber reinballern auf den King und auf die Packies. Ähm, ich musste meine Helden noch nicht zünden. Das ist echt cool. Das ist echt mal cool. Ähm, allerdings bekommen die auch hier jetzt mächtig Schaden. Ich zünde hier jetzt mal mein King. Und, ähm, ich zünde hier jetzt auch mal meine Queen, dass meine Heile da überleben. Aber ich glaube, komm, geht mal ein bisschen schneller durch die Mauer da durch. Das wären endlich meine ersten drei Sterne hier in diesem verdammten Liga. Das müsste eigentlich reichen, eine Minute. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, Toto, die Base war nicht so gut. Hast du toll gemacht. Aber es, es war schon ein bisschen verflucht, muss ich sagen. Und das war jetzt ein Spiegel. Das war jetzt ein Spiegel. Das heißt also, Spiegel ist immer dann, wenn ihr euer Gegenüber angreift. Und der Gegner greift auch in etwa im Spiegel an. Und ich habe jetzt endlich mal meinen Spiegel hier geschafft. Neun auf neun. Ich bin echt, äh, ich bin, ja, ich bin, ich bin jetzt, ich bin jetzt ein bisschen besser zufrieden, muss ich sagen. Alle holen hier ihre drei Sterne. Kann ich gar nicht glauben. Nur der Toto, nicht? Ähm, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ähm, also war ich jetzt echt mal in der Pflicht auch ein bisschen was zu tun. Vor allen Dingen für meine Medaillen. Denn ich, äh, schaffe glaube ich, schaffe ich denn jetzt noch acht? Ich hatte drei. Jetzt habe ich sechs. Ah, ich muss noch in zwei klar kriegen. Zwei Sterne schaffen. Das kriegen wir hin. Äh, damit ich auch den vollen Bonus bekomme. Aber trotzdem war es schon. Ah, es war irgendwie komisch. Jetzt habe ich aber mal ganz, ganz offline geplant. Abseits des Livestreams. Habe lange gebaut. Habe geguckt, ähm, wie kannst du die Base eigentlich machen. Und, ähm, Packersmash, glaube ich, war jetzt die richtige Wahl auf so eine, so eine Ring Base. Oder so eine, ja, so eine Ring Base war es ja eher. Also, ähm, habe jetzt auch mal ein bisschen billiger gefunnelt. Sonst funnel ich immer mit einem Elektro-Drachen. Der kostet auch 30 Platz. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen billiger gefunnelt. Das heißt also, habe mal einen Baby-Drachen mit einem Loon mitgenommen. Das kostet nur 15. Und natürlich auch mal einen Packer nach außen. Aber so, dass wirklich mein Funnel mal richtig gut war. Ah, ich bin echt froh. Ich bin wirklich froh, dass es so gekommen ist. Mal sehen, der TF hier, wie er sich hier geschlagen hat. Mit, mit Hox. Drei Heilzauber hat er noch. Aber, und noch zwölf Magier, alter Falter. Die Magier überhaupt nicht benutzt hier. Die hat er hier jetzt voll im Clean-up. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Ja, ich schwenke jetzt gleich in jedem Fall nochmal auf den Emulator. Denn dieses Format hier, das mag YouTube nicht so gerne für einen Abspann. Denn der kommt ja auch noch. Dann sagt mein YouTube oder sagt YouTube immer, hey, Toto, dieses Format hier, was du auf dem Handy hast, das ist nicht so richtig konform für uns. Und deswegen können wir da keinen Abspann reinbringen. Da ich aber ganz gerne einen Abspann reinbringe. Denn im Abspann ist immer eines meiner davorherigen Videos. Klickt da ruhig mal rein, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und dafür ist das eigentlich da. Da packe ich eigentlich in der Regel nur eins rein. Und natürlich den Abo-Button, den könnt ihr mir auch da lassen, wenn ihr diese Folge ganz nett fandet. Also endlich hier geschafft. Ich bin auch echt froh. Ich bin ja wirklich froh. Kann ich euch sagen, dass ich das jetzt mal gepackt habe hier. Und, oh, das wurde doch noch ganz, ganz eng. Aber die vielen Hawks hier schaffen das noch ganz gut. Super gemacht hier. Also hier geht es in jedem Fall voran. Und gesehen haben, also Angriff schon gesehen haben und beziehungsweise viel in den Livestreams gesehen haben. Aber das ist, glaube ich, an der Stelle nicht ganz so tragisch. 52, 40. Wir haben jetzt 23 Angriffe. Der Gegner hat 22 Angriffe mit 40. Ich muss jetzt auch noch mit meinem 9er ran, mit meinem 10er ran oder zweimal 9, einmal 10. Das mache ich dann aber abseits dieses Krieges hier, beziehungsweise dieser Folge hier. Wenn ihr das Ende der Liga sehen wollt, dann müsst ihr am Mittwoch einschalten. Denn wir haben jetzt noch heute Kampftag. Heute ist Montag. Dann haben wir noch den Dienstag hier und den Mittwoch lassen wir dann wahrscheinlich ausklingen. Auch wieder mit ein paar netten Kämpfen hier gegen die Iran-Arises hier. Wo stehen die im Moment? Die sind im Moment auf Platz 6. Okay, also ich bin hier immer noch guter Dinge, dass wir hier in jedem Fall die Liga schaffen. Vielleicht werden wir sogar zweiter. Mal gucken den Aufstieg hier. Danach wird es sowieso höllisch schwer. Also ich wünsche euch einen netten Tag. Und wie gesagt, morgen Livestream am Mittwoch. Es kommt aber auch noch eine Folge. Also bleibt am Kanal dran. Bis dahin, euer Toto. Bis zum nächsten Mal.